Dann sind wir uns ja einig. Ich mag keine Streamer, die Pokémon-Karten öffnen, weil die machen das nur wegen dem Hype. Davor der größte deutsche Streamer von Pokémon war Zero of Time. Es haben auch schon, bevor dieser Hype anfing, Jahre zuvor, vor eineinhalb, zwei, drei Jahren, haben schon welche mit Pokémon-Opening angefangen. Dazu zähle ich auch einen Sturmwaffel, der jetzt da nicht so groß ist, was das angeht. Ich bin Bob, der Baumeister. Perfekt. Ich bin gar nichts in Fortnite. Ich habe jetzt erst mit Season 6 wieder angefangen und nur Season 1 eigentlich intensiv gespielt. Deswegen, äh, kein Kommentar. Nee, aber Trimax muss man ihm gut erhalten, muss man ihm gut erhalten. Er macht es nicht nur wegen dem Hype, mag zwar auch sein, aber er setzt sich mit der Thematik schon extrem auseinander. Also er hat Pokémon-Karten studiert. Am Anfang hat er keinen Plan gehabt. Und nachher, äh, ne, war er der, der konnte dir alle Fragen beantworten. Ne? Der konnte dir wirklich alle Fragen beantworten. Und das fand ich halt echt krass. Ah, ich habe ja noch keinen Mats. Das muss, muss man ihm lassen. Der setzt sich da schon extrem krass aus mit der Thematik. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur noch 1% live. Perfekt. Oh, hast du gedoppt. Perfekt. Danke, danke, danke. Danke. Jo, 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 reiche, reiche. Danke dir. Da geht's schon los, ne? Jo, hebe ich sofort auf, harte. Jo, jo, berück dich, berück dich, berück dich. So. Mal vollziehen die Kiste. Oh, Bigness. Oh, Bogen, Bogen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich habe ja noch die Musik an, ey. Fuck, wie ich den richtig hab. Oh, Gegner. Der schießt doch in unsere Richtung, ne? Obwohl, ich sehe ihn nicht. Oh, ich werde wieder... Ich habe auch nur einen Pfeil. Okay, links von uns. Ich baue mich mal, äh... High Ground. Wo denn? Hä? Ach, da hinten. Ich komme, ich komme, ich komme. Wo denn? Da. Jo. Hit. Okay, sehr schön, sehr schön. Ich habe ein 65er gedrückt. Hol dir den Stuff da hinten, ich hole mir den hier. Sehr schön, sehr schön. Ich würde auch sagen, wir schwimmen da direkt mal rüber, ne? Müssen wir gleich mal kurz hier sortieren. Schüssel? Spieler? Da sind auch Spieler. Ah, ich kann nicht markieren. Ich vergiss immer, wie man markiert, ey. Oh Gott, überall Schüsse, ey. Ach, das wird mir auch angezeigt, wenn der Teammate schießt. Was ist das denn für eine Scheiße? Hier links ist einer. Da ist auch einer. Ich habe auch keine Pfeile mehr, leider. Ne, komm, lassen wir die, lassen wir die, lassen wir die einfach. Müssen wir auch kurz hier umsortieren. Da hat jemand noch nicht geschossen. Ach, er sprintet vor hier. Komm, ich komm. Glock mal kurz. Ah, sorry, dein Kill. Aber links war noch einer oben. Was ist das denn für ein Sound, jetzt? Lass gleich mal abchecken, wie man nochmal markiert, ey. Ist einer dauerhaft markiert, oder was ist das für eine rote? Na komm, ich komm mal eher in deine Richtung. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin mal ein bisschen def, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, harte Hits. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, hast du ihn geholt? Sehr schön, sehr schön. Hä? Hä? los geht's ich habe letztes schon gesagt mit vordern ich muss einfach etwas zocken falls du gleich mal weißt du wie man auf der ps4 markieren kann ich vergiss jedes mal warte ich gucke gerade mal Kontrolleinstellungen hier Inventar-Team-Verstärkung markieren ok ok alles klar irgendwo Markierung oder was? Ach du hast deswegen hier angehalten ich bräuchte halt echt ein paar Pfeile das ist so mein Problem ne brauch ich nicht ach so Eintrag hier sind Minis obwohl du hast nimm trotzdem mal mit Bun sue SORRY das war nr ein Test, das war nr Test das war nr nr Test weiter 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 Hier links liegt Loot, Gegner, 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 Gegner. Ah, 254 Meter, jojo. Die wurde auch gebaut, ich brauch nur die Pfeile. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh Mann, das wollte ich immer noch entziehen, aber das brauchen wir nicht. So, ich komm mit. Boah, mal Safety first. Keine Dummheit mit der Granate machen. Ach mein Gott, die scheiß Frische immer. Da oben wird geschossen. Was war das? Okay, er war es. Da oben wird gebaut. Aber steht auch da, ne? Das wär jetzt krass gewesen. Wär jetzt echt krass gewesen. Bauen wir kurz ein bisschen ab hier. Weißt du, Solo denke ich immer dran, mir ein bisschen Stuff zu bauen. Alter, jetzt richtig vor, ob der Baumeister ist. Alter, viele. Ja, guck hier wieder. Nichts passiert, alles gut. Nichts gesehen, alles cool, yo, hast nichts gesehen. Easy. Alles klar. Bei ihm läuft. Spieler. Hab einen. Spieler. Ich gehe rechts. Selbst oben. Ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Ich gehe außenrum. Nice, 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 nice. Schüsse waren aber auch noch rechts von uns. Okay, nichts besonderes hier. Müssen wir mal kurz hier den Einwings reindrücken. Oh, auf jeden Fall Healstuff, ey. Fucking hell. Da ist die Kiste. Ich muss mir kurz die Kiste gönnen. Ich weiß, hier ist überall Action, aber ich muss mir grad die Kiste gönnen. Ach, ja, Medi, 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 geil, 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 geil. Okay. Du hast ein bisschen mehr Life. Ich drück mir das mal. Du spielst noch ein bisschen besser als ich. Das kommt auch noch dazu. Warte, ich komme, 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 ich komme. Da fängt es nämlich schon an. Fuck. Ich spring mal hier. Ich sehe hier nichts. ich sehe hier gar nichts man hinter mir ist einer ich sehe hier 0,0 ich hole dich gleich wenn ich das hier irgendwie hinkriege da oben ist er ne? ja hier unten Frage ist nur wo er sich blicken lässt 35 Sekunden okay alles oder nichts scheiß drauf Gott sei mit dir warum? keine Ahnung das weiß nur er aber sind da alles gut viel Glück danke dir wenigstens funktionieren sie jetzt aber war doch gut war doch gut Platzierungen sind da alles cool alles gut alles gut